Super! Hey, ich finde es super, dass wir da überhaupt draufgeguckt haben, ich meine, abartig, echt abartig, ist brutal, also, ich könnte gerade schon wieder, Hä? Einfach nur mal so. Hä? Das ist eine Sensation. Ja, so. Für die politischen und gesellschaftlichen Ansichten in diesem Spot sind ausschließlich die Fantasie und der Schaffenswandeldarstellerin verantwortlich.